Ich mach jetzt Outro, das heißt auch, dass ich fürs Outro jetzt meine Sache hier offline nehme, meine Stimme. Fresher Song. Goodbye! Wir sehen uns ja dann spätestens am Wochenende zum 24-Stunden-Stream. Schaltet allein! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das überhaupt? Cringe! Das stinkt und ist übrigens über ein Jahr alt mittlerweile. Wenn ihr mich fragt, das ist kein Cringe. Der Typ ist fucking cool. Mein Motherfuckernbuhrer... So, jetzt geht's. Fremdscham tritt auf, wenn eine andere Person Normen oder Werte verletzt und das selbst nicht merkt. Fremdscham ist ein soziales Gefühl, letztlich ist dies eine Form von Mitleid. Fremdscham ist eine Form von Mitleid. Fremdscham ist eine Form von Mitleid. Hallo? 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 Vielen Dank.